Hallo Leute, herzlich willkommen zuerst mal wieder und zu einem Infovideo. Ich wollte zeigen, dass die zwar keine Videos von der Kleine schon aufkommen, weil ich habe, das hätte jetzt mal mein Färb gewesen, oder nicht, ich weiß nicht, kann man jein so sagen, ähm, ist, ähm, die Audiodatei ist da, aber die ist eben nicht viel zu kurz, geht nicht auf. Die Videodatei ist 5 Minuten lang, die Audio ist 10 Sekunden lang. Und so kann ich es nicht richtig aneinander schnallen. Und deswegen, weil es dann, kommen die zwar keine Videos, weil ich und Fabian hatten für diese Woche schon Videos aufgenommen, also, ähm, ich weiß gar nicht, wie war ich, das waren schon andere Fragen. Ähm, laufend denke ich, wenn man in einem Video vielleicht mal Mordvorstellungen oder Minecraft kommen, gucke ich mal, ich weiß nicht ganz. Ähm, ja, ich, ja. Ähm, ja, nur, dass ihr dann schon Bescheid wisst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, auch, naja, Montag sind schön, äh, weiß ich ja nicht so, aber die meisten hatten ja von euch eh frei gehabt, ich leider nicht, voll schade. Äh, naja, ich sage jetzt auch noch zu diesem Video, hau dran, schönen Tag noch, ciao.